Ist das nicht nur schade, sondern fast traurig. Denn was wünschen wir uns? Wir wünschen uns doch Engagement von den jungen Leuten, dass sie sich mit ihrer Situation, mit ihrer Ausbildung, mit ihrem Berufswunsch auseinandersetzen. Und wenn sie das tun, dieses Engagement zeigen und nicht einfach nur protestieren und sagen, das ist alles blöd, was ihr macht, sondern mit Vorschlägen kommen, sich überlegen, was man tun kann, sich dann auch bei so einem Wetter, wie du das beschreibst, da hinstellen und ausharren, dann ist es schon eine gewisse Missachtung dieses Engagements, wenn darauf nicht oder in einer solchen nicht flapsigen, sondern eigentlich eher etwas abschätzigen Art reagiert wird. Also das ist wirklich schade.